Liebe Community, herzlich willkommen zum Tech Harbor Talk. Heute mit einer ganz spannenden Firma aus der Neuen Werft, die von zwei auf 20 Leute hochskaliert hat in den letzten Jahren. Es geht um die Firma Umdorsch Digital Retail. Ich begrüße herzlich Margit Blauhut als Geschäftsführerin dieses Unternehmens. Die Gruppe Umdorsch ist vielleicht bekannt von den Docker-Elementen, was dann die wenigsten wissen ist, dass sie auch einen sehr, sehr großen Ladenbauteil habt. Ich glaube, wie viele Millionen oder Milliarden? Nein, es waren die 300 Millionen. 300 Millionen. Und jetzt geht es im nächsten Schritt darum, diesen stationären Handel zu digitalisieren. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir leben in Zeiten, wo Internethandel extrem boomt. Jetzt muss ich die gleiche erste Frage, sitzen wir in zwei Jahren noch hier oder gibt es euch dann schon gar nicht mehr, weil der stationäre Handel sowieso verpufft ist. Ja, also erstmals danke für die Einladung heute. Und nein, natürlich werden wir noch hier sitzen, weil es wird nicht alles digitalisierbar sein. Sprich, die Leute werden nach wie vor auch einkaufen gehen, besonders im Bereich Lebensmittel. Handel sehen wir auch jetzt aufgrund der Corona-Krise ein deutliches Wachstum. Und natürlich gibt es nach wie vor auch die Shopping Experience, die nicht zu unterschätzen ist. Die Menschen gehen ja nicht nur einkaufen wegen dem Einkaufen, sondern auch wegen dem Erlebnis. Aber jetzt hast du schon ernst gesagt, das Thema Lebensmittel. Lebensmittel digitalisieren. Jetzt bin ich ein bisschen provokant. Verstehe ich, dass da hier die Fragen kommen. Wir digitalisieren natürlich keine Lebensmittel. Aber was sehr wohl eine Sache ist, ist eben diese elektronische Preisauszeichnung, sprich die automatische Preisauszeichnung bei den Produkten, die sogenannten ESLs. Und das wird immer wichtiger aufgrund Preisveränderungen, aufgrund der Unique Experience, die man in den Stores haben möchte. Und da sind wir eine große, momentan boomende Nachfrage. Also das heißt, also Unique Experience, wir haben mich schon ein bisschen darüber geredet. Das heißt, ihr könnt dann sagen, okay, der Maßregel kostet 1,20. Oder ich sage mit ihr, der Chef, und dann des Marktes und dann zack, mit einem Knopfdruck ist das dann in allen Märkten gleichgestellt. Genau. Also das ist einer der Vorteile, ist diese Zentralisierung. Das heißt, wenn es eine Aktion gibt, so kann jeder Kunde wirklich zeitgenau zu dieser Aktion kommen. Das hat den Vorteil, wenn man jetzt alle Preisschilde in der Vergangenheit austauschen hat müssen, dann hat man einfach nicht so genau die Kontrolle gehabt, ob diese Aktionspreise auch wirklich zum Zeitpunkt X in den Märkten sind. Das heißt, es ist eine Vereinfachung, es sorgt für schnellere Abläufe und es führt natürlich zu mehr Genauigkeit bei der Preisauszeichnung an sich in den Stores. Wie rollt man sowas aus? Ist das, dass man sagt, okay, ich glaube, Spar ist ein großer Kunde von euch, den ihr beliefert. Sagt Spar, liebe Unterschrittel, startet mir die Märkte aus und das ist voll cool und wir gehen das riesig ein und wir werden uns vielleicht was zersparen. Ja, also momentan sind wir besonders beim Bereich Dänisches Bettenlager, da haben wir einen wirklich großen Kunden. Das funktioniert so, dass man natürlich sicher mal ein, zwei, drei Testmärkte anschaut am Anfang. Also nicht Märkte im Kundenmarkt, sondern wirklich der Markt. Wirklich konkrete, also egal ob Spar oder Dänisches Bettenlager, geht es darum, dass man einfach mal probiert, wie funktioniert die Technologie bei dem Endkunden. Das heißt, da gibt es dann immer sogenannte Testmärkte, die sind ganz unterschiedlich, meistens in unterschiedlichen Regionen auch angeordnet und man probiert, wie funktioniert die Technologie mit den Kunden und wie reagieren auch die Kunden auf die neue Technologie. Das heißt, konkret da werden zum Beispiel fünf Testmärkte etabliert, da sammelt man Erfahrungen und dann kommt es, wenn es dann final entschieden wird, zu einem sogenannten Rollout, wo man diese Technologie auf alle Märkte ausrollt. Wenn ich jetzt in Linz sage, ich möchte das Neueste an Technologie erleben, was es in Märkten gibt, gibt es Testmärkte, die wir in Linz da haben, wo ihr dabei seid? Beispielhaft kann man zum Beispiel auf die JKU mal schauen, auf den Sparmarkt bei der JKU, da ist zum Beispiel, da sind schon die elektronischen Preislabels. Okay, cool. Wir haben vorher ein bisschen gekriegt, Experience, ja. Jetzt haben wir die, also Preisauszeichnung ist ja keine Experience. Was wäre Experience, Vorteil für mich jetzt, ich gehe jetzt zum, weiß ich nicht, in einen Baumarkt. Was könnt ihr besser machen für den Baumarkt? Also beispielhaft könntest du ja einen Produktfinder haben im Baumarkt, das heißt, du hast ja diese ganzen Schrauben im Baumarkt. Also wer kennt das nicht, der steht vor diesem Schraubenregal und weiß eigentlich nicht, wo die richtige passende Schraube ist. Man sucht halt recht lang. Ja, man sucht lang, genau. Und das heißt, theoretisch hast du dann auf deinem Handy eine Touch-Applikation drauf oder eine Applikation drauf, wo du sagst, du brauchst genau die Schraube und dann blinkt das Produkt auf vor dir. Das heißt, das ESL hat auch ein Blinklicht drinnen und das Blinklicht wird dann aktiviert und sagt, okay, das ist das Produkt, das ich gerade suche. Ist das Zukunft oder ist das? Nein, das ist eine Möglichkeit, wie ich diese elektronischen Preislabels unter anderem auch verwende. Oder ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen... Macht ihr das alles selbst mit deinen 20 Leuten oder wie funktioniert das? Also wir kaufen natürlich Technologie zu, beziehungsweise wir haben Technologiepartner, das heißt, das sind diese Produzenten von diesen ESL-Lösungen, die produzieren die Labels in Asien und auch die Software dahinter und wir integrieren diese Labels, beziehungsweise wir integrieren die Software zum Endkunden, sprich zum Retailer hin und schaffen hier Lösungen für individuelle Lösungen für die Märkte, beziehungsweise für unsere Partner wiederum. Wie groß hat sie es im internationalen Vergleich? Also bei 20 klingt jetzt nicht so viel. Also wir sind eine GSMBH, die grundsätzlich zu den Storemakers an sich dazugehört, das heißt, wir sind schon im Dachraum mit unserem Signage-Bereich und im Digitalbereich sind wir unter den Top 3 gelistet. Wenn man unseren Gesamtkonzern sieht, dann sind wir auch schon relativ tonangebend am europäischen Markt. Aber du bist jetzt nur für den 20-Mann-Bereich zuständig. Wie groß wird der? Also wir planen natürlich zu wachsen und eine wichtige Sache ist bei uns, wir bilden sehr viele Leistungen mit externen Firmen ab, sprich die Roll-Out-Leistungen, die wir machen, werden von Drittfirmen übernommen und wir haben hier eigentlich Zugaufleistungen. Okay, das heißt, damit schaut es natürlich, wo man echt reißen was hat. Genau, wir sind ein Kernteam, was sich wirklich mit Projekten, Projektlösungen, Projektabwicklungen beschäftigt und den digitalen Ideen dahinter und den Konzepten. Nur eine Frage, wenn ich da so ein kleiner Modehändler bin, würde ich dann zu euch gerne sagen, das kann man sowieso nicht leisten. Oder sind das so von der Stange? Also natürlich haben wir auch Lösungen für kleine Einzelhändler, wobei man sagen muss, was klein ist auch zu definieren. Ich kann nur ein Beispiel anbringen, wobei dieser Händler nicht klein ist, aber es ist genauso ein Beispiel von, wo wir nur einen Shop machen. Das ist zum Beispiel der Leggero Brandstore bei Graz. Das heißt, was machen wir da? Wir schaffen da wirklich eine Brand-Experience-Welt mit Videoleinwänden, ESLs, Lift-and-Learn-Applikationen und eben auch Preischecker. Das heißt, man kann hingehen, das Produkt hinhalten, erfahrt den Preis und vielleicht noch weitere Produktdaten dazu. Das heißt, das ist eine komplette Gesamtexperience, die wir nur für einen Shop machen. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt keine Sorgen machen, dass ihr nicht wachsen werdet, weil alle wachsen, wenigstens da herinnen. Wie weit ist die Zukunft weg oder wo geht es hin? Also wir glauben und sind überzeugt, dass die Digitalisierung der Stores immer weiter voranschreiten wird. Auch diese Verknüpfung von Offline- und Online-Experience findet statt. Das heißt, die Basis ist zum Beispiel oder Möglichkeit ist ein mobiler Checkout im Store selbst. Das heißt, man geht nicht mehr zur Kasse, sondern man kauft nur mal per Handy ein und Registrierung. Oder auch eben bestellen und in den Store abholen. Das heißt, Click und Collect sozusagen. Und wir sind überzeugt, dass diese Welten immer mehr verschmelzen werden. Und dass aber der stationäre Handel natürlich nicht komplett aussterben wird, wie du so am Anfang prognostiziert hast oder die Frage gestellt hast. Ich wollte es fragen. Denn die Menschen wollen Menschen treffen und Menschen wollen Erlebnisse haben. Das heißt, Shopping ist ja bei uns nicht rein nur Mittel zum Zweck, sondern auch eigentlich ein gewisses Freizeitvergnügen. Auch wenn es momentan leider etwas eingeschränkt ist. Jetzt habe ich nur eine Frage, was du sagst. Wir wollen Erlebnisse haben. Wäre es nicht interessant, mit einer eigenen Firma zu sagen, was wären coole Contents? Auch das machen wir natürlich. Wir sind nicht nur Hardware- oder Software-Provider, sondern wir machen auch Content-Marketing in den Stores und Content-Management. Das heißt, im Bereich Digital Signage, wo wir quasi eben digitale Displays zur Verfügung stehen, um Content-Werbung herzuzeigen, bieten wir auch Content-Lösungen an und helfen unseren Kunden, Best-Practice-Contents zu entwickeln für ihre eigenen Kunden in den Stores. Okay, cool. Also, falls ich wieder eine Idee habe, ich weiß, ich habe das vor mir gekauft. Marge, herzlichen Dank für das Gespräch. Für mich immer wieder zu spannend, in eine neue Branche für mich reinzuschnuppern und zu sehen, was man mit Technologie im Alltag, ohne es zu merken, trotzdem für ihre Vorteile schaffen kann. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke euch fürs Zusehen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, bei der nächsten Folge von Tech Harbor Talk. Dankeschön. Dankeschön.